Was hast du gedrückt? Was hast du gedrückt? Das da. Das ist nur eine Trimmung vom dritten Kanal. Weißt du welche Richtung du gedrückt hast? Nach oben. Dann drück einmal nach unten. Mit Knöppel. Mit Pistole. Cool. ... ... ... ... ... ... Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber so finde ich.